In der Stellungnahme, wenn Sie auch die Antwort des IUCs gelesen haben, sagt man, dass das eine eher unglückliche Kontrolle war. Ich bin von der Anti-Doping-Agentur und ganz klar für den Kampf gegen Doping. Aber man muss auch ein bisschen ein Fingerspitzengefühl haben. Und wir alle, glaube ich, kommen aus dem Sportbereich. Ein Athlet, der am nächsten Tag um sieben aufsteht, weil er um zehn die Rennvorbereitungen startet, fünf vor elf zu kontrollieren, ist etwas unglücklich aus meiner Sicht. Und des IUCs sieht es genauso. Es ist aus meiner Sicht sehr wichtig, dass der Anti-Doping-Kampf auf internationaler Ebene geführt wird. Ich denke, dass Aktionen einzelner Länder alleine nicht wirklich zum Ziel führen. Und ich freue mich, dass wir insbesondere mit unserer deutschen Schwesterorganisation, der NADA Deutschland, eine sehr, sehr enge Kooperation in allen Bereichen haben. Sowohl im Kontrollbereich, wo wir Informationen austauschen, Erfahrungswerte austauschen, als auch in der Prävention, wo wir gemeinsam neue Ideen entwickeln. Und die Frau Dr. Gottsmann wird dann sicherlich noch einige Zahlen dazu nennen. Unter anderem auch ein Computerspiel gemeinsam mit den Schweizer Kollegen entwickelt haben, das im Präventionsbereich sehr erfolgreich zum Einsatz kommt. wenn wir uns hier in der Jahre zusammen. wir müssen uns hier ein Quartier machen und wir wünschen. Und wir müssen uns hier nicht unter anderem. Vielen Dank.